Musik Ludolf, guten Tag. Moment, ich frag mal. Peter, ein Luther Matthäus sucht eine neue Freundin. Welches Baujahr? Welches Baujahr? Moment. Nicht älter als Baujahr 90. Ludolf, guten Tag. Moment, ich frag mal. Peter, da ist der Johann Lafer dran. Der braucht ein Pfund weiße Trüffel aus dem Perigord. Wofür braucht er die denn? Was? Wofür er die braucht? Wofür sollen die denn sein? Moment. Für eine Fasanenterrine. Der soll Nudeln kochen. Ja, können Sie nicht einfach Nudeln kochen? Moment. Der Lafer fragt, wie das geht, Nudeln. Gib mir mal den Lafer. Lafer fragt, wie das geht? Swit. 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 Swit.